Die Legende erzählt von einem bunt edler Wächter, die sich dem Sieg über das Böse und der Rettung unseres Königreichs verschrieben haben. Aber sie verschwanden einst im Nebel von Ga'ul, sichtbar nur für jene, die an sie glauben. Schluss! Du machst dir Albträume. Aber das ist meine Lieblingsstelle. Du bist ein Schwachkopf, Soren, voller Geschichten und Träume. Was ist an Träumen so schlimm? Meine Krieger. Es ist an der Zeit, die Königreiche der Eulen zu erobern. Diese Vögel begehen einen schrecklichen Fehler. Wenn ihr zu den Wächtern wollt, habt ihr einen langen Flug vor euch. Dann gibt es sie wirklich? Oh, und wie es die gibt. Was hast du vor, Soren? Wir suchen die Wächter von Ga'ul. Ihr habt es so weit geschafft, weil er euch gegenseitig beschützt. Wenn ihr so weit geflogen seid, wie ihr könnt, habt ihr den halben Weg hinter euch. Was hat er gesagt? Wir haben den halben Weg hinter uns. Da waren ein paar echt finstere Vögel da, wo ich war. Du darfst wieder atmen. Was wollen die eigentlich hier? Sie haben ein Heer gebildet. Stark genug, um die Königreiche der Eulen einzunehmen. Alarmiert die Wächter! Auf der Suche nach der Legende... ...wird er selbst zu Einheit. Auch aus dir kann ein großer Wächter werden. Folgt mir! Hol sie euch! Ein Hinterhalt! Aber damit hast du nicht gerechnet. Festhalten! Komm schon, Soren. Noch haben wir es nicht geschafft, Junge. Eine junge Eule voller Abenteuerlust kommt zum ersten Mal zum Baum aller Bäume. Die Legende der Wächter. Wir fliegen! Hast du's dir so vorgestellt? Nein! Es fühlt sich noch viel toller an!